Hallo ihr Lieben, hier ist Kay Ray. Ich habe da mal was mitzuteilen. Wir alle wissen, es gibt Social Media wie Instagram, Facebook, Twitter, TikTok und vieles mehr. All das zu bedienen, um den Menschen ein Bild von mir zu zeigen, kostet Zeit, Geld und Geduld. Vor allem aber wirfst du als Künstler jedem alles vor die Füße. Auch denen, die deine Arbeit gar nicht zu schätzen wissen. Das kostet dann wieder Nerven und Streitereien. Wäre es nicht schön, all die Bilder, Videos, Texte und Informationen von und mit mir, Kay Ray, an einem Ort zu wissen? Deshalb gibt es jetzt Kay Ray.jetzt. Nur dort gibt es alles von und mit mir, Kay Ray. Ich freue mich dabei wirklich über euren Besuch. Dabei wünsche ich und hoffe ich, dass wir gemeinsam einen Ort beleben, an dem fast jede Frage beantwortet wird und ich euch teilhaben lassen kann an meiner Arbeit und ein bisschen auch an mir privat. Vor und hinter den Kulissen, multimedial, tagesaktuell und vor allem unzensiert. Ich biete euch dort unter anderem ein monatlich kündbares Abo zum Preis von 7,30 Euro. Dafür bekommt ihr einen schicken Mitgliedsausweis, exklusive Streams, 10% auf alle Merchandise-Produkte nach den Shows, Meet & Greets mit mir ohne Make-up und Foto und vorab Einlass zum Soundcheck für ausgesuchte Termine, Freikartenaktionen, wöchentliche Videos mit Geschichten von Natur und Gedanken zum Zeitgeschehen. Da gibt es ja eine Menge zu erzählen. Endlich könnt ihr eure Lieblingslieder downloaden. Nach und nach singe ich alle Songs aus den Shows ein. Wir werden regelmäßig nur für Abo-Leute live streamen. Es wird exklusiven Merchandise nur für Abonnenten geben. Ihr könnt komplette Shows downloaden. Den Anfang machen wir am 11. September ab 23.30 Uhr zu meinem Geburtstag am 12. September. Diese Show wird umsonst sein. Das wird sich dann ändern. In Zukunft wird es nur noch für Abonnenten sein. Ganze Shows. Aber auch ohne Abo besteht die Möglichkeit, jede bisher erschienene CD zum Download plus Versand zu erwerben. Es gibt regelmäßig Post mit allen Neuigkeiten und aktualisierten Tourterminen, ein Gästebuch und ein Forum, laden zu Tadel und Lob ein. Auch ihr könnt euch, wenn ihr möchtet, untereinander vernetzen. kray.jetzt ist etwas, auf das ich lange gewartet habe. Bauen wir eine Community. Lernen wir uns kennen. Lasst uns zusammen feiern und lasst uns austauschen. Ich plane jährliche kray.jetzt-Community-Treffen. Ich würde mich freuen, wenn wir uns auf kray.jetzt sehen. Ich danke im Voraus, dass ihr meine Arbeit fernab vom Mainstream damit unterstützt. Herzlichst, euer Kray.